Ich muss mal gucken, wo dieses kleinchen der Münchner herkommt. Sieht komisch aus mit den Augen. Tschüss. Dank mir dir. So. Da ist noch einer. Okay. Dem geht's gut. Komm her, da. Guck dir gleich mal genauer an. So, hier scheint keiner zu sein. Das ist schon mal gut. Geht mal her, hier. Nummer drei. Sehr, sehr schön. Nur noch eine. Nur noch eine. Nur noch eine. Okay. Das war wohl ein Scharfschütze. 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 Ein Schlag der Alarm. Hier wird immer Schlag der Alarm, woher ist überhaupt Bescheid? Hm? Ah, da hält er was aus. Mit der Schwein unter Beschuss! Ich gebe dir Deckung! Vorleg hier! Und zu seiner Position vor! Ich gebe dir Deckung! Schaffst du das! Oh, das ist los! Alter Schwede! Wow! Ne! Schweine! Geh kaputt, du Macker! Geht doch! Oh, 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 oh! Du bist der Schilder, wo ich hinschieße! Scheiße! Lass! Danke! Da ist auch die Verstärkung! Von wegen hier, ey! Okay, ich hab alle! Schnell zurück zu Bess! Wir holen uns mal ein Pferdchen! Das sieht aus aus! Oh, das ist ein Pferdchen! Welchecke nicht? die reiht in die übers Welt weh du springst da nicht rüber was kannst du nicht geht doch ja da 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 ist kaputt sehr schön gemacht nein 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 ey jetzt ganz ruhig hier ganz ruhig wuza 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 ab jetzt hat es geschafft dankeschön muss ich auf die seite gehen extra muss ich irgendwas drücken ach henry mönch ne mcshan oder so nix henry Ich bin kurz vom Weg abgekommen. Hier gibt es auch gar keinen richtigen Weg. Wir finden einen. Du bist der Fahrer. Gute Arbeit, Jungs. Ja, wir waren nicht schlecht, oder? Ei. Das ist ja, das ist die letzte gewesen. Werfen wir sie an. Ich habe alles richtig gemacht. Wirklich alles. Mein ganzes scheiß Leben lang. Ich habe immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch. Was ist nur los mit dir? Du dämliche, du dämliche Scheiß-Kartrex-Maschine. Ach, komm schon. Komm, Bess, na los. Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir. Verdammte Scheiße. Und ich dachte, du machst einen ordentlichen Kampf, Bess. Und ich dachte, du kannst dich nicht mehr schlafen, wie du flogst, Junge. Hier sind ja mal viele Hügel. Sie hat uns soweit gebracht und wenn wir mithelfen, schafft sie den Rest auch noch. Oh, 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 ups. Geschütze angreifen! Sie sind Geschichte! Jetzt stirbst du! Ups! Was war das etwa? Denkmal Schütz, äh, Denkmal Bausch, Geschützter, Denkmal, ne? Ey, was hab ich gemerkt? Du Arsch! Ja, ich bin auch hier, du Arsch! Komm raus! Dann bin ich gnädig! Allein komm raus, dann bin ich gnädig! Ich bin gnädig hier! Ist der hinten getroffen, der steht? Oh! Da kam das Gefahr mit der Meinung. Ja! Genau so, MacManus! Sehr gut! Ich bin gnädig! Ich bin gnädig! Ich bin gnädig! Oben ist der! Da! Ich bin gnädig! Ich bin gnädig! Ich bin gnädig! Ich bin gnädig! Halt mich in Linie mit dem leichten Panzer! Gute Arbeit, MacManus! Welche Sau hat er eine Granate geworfen? Da drüben war eigentlich auch ein Geschütze, weil ich mich erinnern kann. Oh, der hat ein guter Tanz. Halt den Mund. Gut, der ist weg, ok. Der da oben wird ein bisschen problematisch. Haben wir ihn getroffen? Nicht? Nein? Ja? Na, wie gefällt dir das, Fels? Wow! Können wir uns hier treffen? Wir könnten es tatsächlich schaffen! Not last, haben wir das! Leute! Ich bin der Foro! Was muss ich, wo wir eigentlich hinwenden? Wir müssen da links. Wir gehen hier für fett ein.